Hallo, hier ist die Anke aus der Mehlerei in Friedebach. Ihr kennt mich bestimmt schon von den Videos bei Rizzo und ich darf heute ein Kalendertürchen für euch befüllen mit einem schönen Sauerteigbrot aus meiner Mehlerei und das dürft ihr im Frühjahr gerne bei mir abholen, wenn wir dann alle wieder hoffentlich durch die Gegend fahren dürfen. Also ich freue mich auf euch. Bis dahin und schöne Weihnachten euch. Macht's gut!